Heyo Leute, wie geht's euch so, wir sind mal wieder in GTA, zweite Folge für mich wieder zum aufnehmen und für euch nur so eine ganz Folge, wir werden heute zur S gehen, mal gucken was der so ganz gerne möchte und dann mal gucken und dann spielen, das er auch so mit mir natürlich das wieder und am Arsch faren und nicht schön faren bitte genau wo ist ein bisschen das faren ja so so ja ich fahre gut nicht so alles klar oder egal ich geh rein dann löst sich das oh 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 geh doch mal schneller ja ja das brauchen wir eine neue Ewigkeit so so die allerhandene Expektive habe ich mir gerade abgeändert so jetzt sind wir auch da und verlasse ich das Spielgeschäft nicht und was hat er jetzt für Aufgabe habe habe lange keine Idee also diese Aufgabe hat er auch ah okay äh bitte ich denke eine Folge nicht oh so soll ich die meiste in Parten überspringen oder soll ich hier ruhig ründer schreib doch mal wo ich schreib doch mal schreib doch mal wo ich wo 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 das wo 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.